... Sehr gut aus 지금 MAYną ... 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 nein so bald habe ich eh kein viel mehr da ist eigentlich gar nicht so eine schlechte idee alles weg zu böhnen wo ist er ah ich komme ich jetzt zum anderen schiff nein da ist er jetzt habe ich was gedacht was wir aus so ich muss mit dem mal landen eigentlich fast egal wo das target ich brauche mein target wohin geht es da durch so so sind nah genug sind wirklich nah genug gar kein gar nicht so schlecht fix safe so so also die 500 meter die schaffen die schon noch hier landen wir keine schlechte manuelle landung landung vollbracht very nice switch to vessel ja wir haben es geschafft genial also der seite ist da holt sich jetzt die ganzen data und kommt mal mit ja dort musst du hin ja voll geil die paar meter so so also rescue vessel ich komme ich komme ja so habe ich sonst noch was vergessen ich nehme das auch gleich mit ich glaube wir haben alles ich nehme das ich nehme das damit und in der richtung geht's so und du kommst hier rein ja jawohl geht hin board ok sieht mal nicht schlecht aus wohin geht's körper ja ah geil wir wissen wodurch wir gehen hier wo ist das da in 60 90 oder 90 grad und verlassen da das hat 1600 ms braucht mehr als genug so let's start so durch das ist hier irgendwo kürbeln nein sehen wir nicht so gehen 10 20.000 zirk auf 315 bin ich ich bin falsch raus aber macht nichts mit dem kommen wir auch noch aus komischer manöver aber was denn das denn so so möchten wir auf ungefähr perfekt nach 400 sieht gut aus ihr seid wieder zurück und dann bauen wir moon station oder carbon station vielleicht space station 9 minuten und go ihr kommt zurück nach hause wir haben es geschafft ja genug viel genug von allem wir haben genug rescue mission erfolgreich hoffentlich ich ist unsere re-entry 34 ein bisschen tief macht aber nichts wir warten bis wir aus dem orbit sind ja körper ist da so sie macht nicht da so also ich glaube wir müssen ein bisschen schneller werden um auf 40.000 meter zu gehen so 47.000 meter perfekt wir haben retrograde und warten bis wir dort sind und 70.000 ok und tschüss da bleiben wir explodiert das gab bei uns ne oder ne bitte nicht weg da weg da weg da zum glück zum glück das war knapp explodiert nicht nicht jetzt nicht jetzt haben wir schwein haben wir schwein das sieht eigentlich gut aus das wird bald explodieren dort hinten wir kommen schön runter time war bei ein bisschen und sind gleich da verlieren hier an geschwindigkeit sehr schön sind im wasser ja warten wir mal bis wir auf 2000 sind 2000 meter perfekt und wir sind zu hause schauen wir mal schauen wir mal haben wir hier noch etwas zum sammeln so face sample ok gehen wir mal raus holt ihr dieses sample und wir haben wir report und die wieder rein wir haben wieder 374 science das ist super ein paar parts und die zwei crews 2xp gehen ok genial also was machen wir mit science ich hätte so lust auf ein esteriden holen und auf dem austeoriden dann ne die basis zu erstellen also zum beispiel ein space port center space shape wasser heimann das interessiert mich gar nicht komm austeoriden komm wir holen unseren austeoriden wir holen unseren austeoriden ja wir brauchen mehr science also ich denke unsere nächste mission wird folgende sein äh build a new urban station around kürben das machen wir als nächstes aber erst nächstes mal also also see you around kürben in invincible out 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 Untertitelung des ZDF, 2020